Acht Tage hintereinander wurde der Bitcoin jetzt abverkauft und hoffentlich starten wir die aktuelle Woche mal wieder mit Grünzahlen. Aufgrund dessen schauen wir uns an, wo wir aktuell stehen, worauf es ankommt und welche Daten in der aktuellen Woche noch besonders interessant und relevant werden. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video Crypto Aktuell. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir über die verschiedensten Themen, den aktuellen Stand, worauf es in der aktuellen Woche ankommt und was uns so erwartet. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei. Lasst gerne Bewertungen und Kommentare, um mich in meiner Arbeit zu unterstützen. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche reingestartet. Das Wetter ist ja zum aktuellen Zeitpunkt immer noch hervorragend. Deswegen Freunde, wir reden nicht länger um den heißen Brei. Wir springen auf die erste Folie. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der Bitcoin sowie der restliche Kryptomarkt übergeordnet tatsächlich eher im grünen Bereich, was natürlich mal wieder schön ist. Gerade die letzte Woche war eher von roten Zahlen geprägt, weshalb wir beispielsweise auch im vielen Greed Index mittlerweile auf den neutralen Punkt 50 zurückgekommen sind. Das Ganze ist allerdings wie gesagt auch nur nachvollziehbar, denn die vergangenen acht Tage sahen wir jedes Mal einen tieferen Bitcoin-Kurs. Heute sehen wir höchstwahrscheinlich mal die Trendwende. Das wäre zumindest mal nachvollziehbar, denn zuletzt sahen wir acht rote Tage hintereinander beim Terra-Luna-Zusammenbruch, was mittlerweile schon fast ein Jahr zurückliegt. Außerdem gibt es ja augenscheinlich aktuell eigentlich kein großes Argument dafür, dass der Bitcoin weiter abverkauft werden müsste. Die Frage ist halt, welche Daten in der aktuellen Woche noch präsentiert werden. Eine Unterstützung bei zumindest spätestens 26.100 US-Dollar sollte allerdings auf jeden Fall gegeben sein und das ist auch wichtig und richtig. Bereits im gestrigen Video habe ich über den 200er Weekly Moving Average gesprochen, den wir hoffentlich in der aktuellen Woche weiterhalten. Dafür brauchen wir allerdings Käufer, Käufer, die es in der vergangenen Woche nicht gegeben hatte. Laut dem aktuellen Akkumulationstrend-Score können wir festhalten, dass wir mehrere Tage hintereinander kein Kaufinteresse gesehen haben, egal ob wir über Wale oder Kleininvestoren sprechen. Die meisten Investoren haben sich aus dem Markt zurückgehalten, das Volumen war sehr gering, wir sahen allgemein eben eine starke Zurückhaltung, die sich hoffentlich jetzt zugunsten des Bitcoins in den nächsten Tagen wieder ändert. Wie auch immer die Entwicklung hier weitergeht, es gab zwar wenige Leute, die gekauft haben, aber eben auch nicht so viele, die verkauft haben. Die starken Diamond Hands bleiben auch zum aktuellen Zeitpunkt am Start. So können wir festhalten, dass die Bitcoin, die seit mindestens zwei Jahren gehalten werden, parabol nach oben steigen. Bedeutet für uns, momentan sind wir an einem Zeitpunkt, wo vor zwei Jahren oder länger eben extrem viele Bitcoin aufgekauft wurden, die seitdem nicht mehr verkauft wurden. Natürlich, das waren wahrscheinlich die Zeitpunkte der Höchststände, das heißt die Leute, die aktuell eben diesen Trend so nach oben schießen lassen, sind eben die, die während des Bullruns gekauft haben und möglicherweise auch aktuell noch unter Wasser beziehungsweise im nicht realisierten Verlust dastehen. Dennoch ist es doch sehr schön, dass offensichtlich sehr, sehr viele Bitcoin-Hotler den Bitcoin nicht verkaufen wollen, sondern weiter die Diamond Hands besitzen. Auch die fünfjährigen Bitcoin, beziehungsweise die, die sich seit mindestens fünf Jahren in den verschiedenen Wallets befinden, werden aktuell weiter gehalten. Doch kommen wir zurück auf die Bitcoin, die sich seit zwei Jahren nicht mehr bewegen. Hierzu schrieb beispielsweise Jan Wüstenfeld auf Twitter, Es ist ziemlich bemerkenswert zu sehen, wie der Anteil des Bitcoin-Angebots, der seit mindestens zwei Jahren nicht bewegt wurde, weiterhin schnell ansteigt und derzeit, und das ist wirklich interessant, fast 54,8% liegt beziehungsweise beträgt. Also wirklich interessant, über 50% des gesamten Bitcoin-Supplies wurde seit zwei Jahren oder länger nicht mehr bewegt. Und der Akkumulationstrend geht auch aktuell weiter. Auch wenn die Zurückhaltung aktuell relativ stark gegeben ist, können wir festhalten, dass es mittlerweile eine Million Adressen gibt, beziehungsweise mehr als eine Million Adressen gibt, die ein Bitcoin oder mehr halten. Also Freunde, an alle die von euch, die es schon geschafft haben, einen ganzen Bitcoin zu akkumulieren, herzlichen Glückwunsch, ihr steht hiermit auf der Liste und ich hoffe, dass noch viele weitere dazukommen. Es zeigt, wie sich das Netzwerk weiter ausbreitet. Natürlich gibt es einige Wale, die immer mehr kaufen und ihre Bestände weiter ausbauen, so wie beispielsweise die chinesische und die US-amerikanische Regierung, auch wenn die ja zum Teil abverkaufen wollen, aber auch beispielsweise Michael Saylor mit MicroStrategy hat ja unfassbar viele Bitcoin gekauft. Im Allgemeinen können wir allerdings festhalten, dass der Trend tatsächlich in die Richtung geht, dass sich der Bitcoin beziehungsweise das Netzwerk weiter verteilt und eben nicht am Ende des Tages, so wie in der Realwirtschaft, die, die mehr haben, immer mehr haben und die, die wenig haben, immer weniger haben. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entwicklung. Auf der anderen Seite, und das finde ich super interessant, können wir zum aktuellen Zeitpunkt laut einer Bloomberg-Umfrage festhalten, dass Bitcoin zu den drei größten Vermögenswerten gehört, die hier gerade bei einem theoretischen Schuldenausfall der USA an oberster Investitionsprioritätenstelle stehen. War kein besonders gutes Deutsch, ihr wisst aber, was ich meine. Während der US-Präsident Joe Biden momentan versucht, hier irgendwie zu verhandeln, dass die Schuldenobergrenze in den USA vergrößert wird, sehen viele momentan das große Risiko, dass die USA ihren Schulden nicht mehr nachkommen kann und möglicherweise, wenn die Schuldenobergrenze nicht erhöht wird, eben in einigen Wochen zahlungsunfähig wird. Gold, US-Staatsanleihen sowie auch Bitcoin sind hier auf der Prioritätenliste an den ersten drei Stellen, wenn es den USA nicht gelingt, die Schuldenobergrenze anzuheben und sie ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Zumindest geht das eben aus Daten einer jüngsten Bloomberg-Umfrage hervor, die vom 8. bis zum 12. Mai durchgeführt wurde. Sie umfasst insgesamt 637 Befragte, dazu zählen Privatinvestoren, aber auch professionelle Anleger. Also ein breites Spektrum. Mehr als 50% der Finanzexperten werden Gold kaufen, wenn es der US-Regierung nicht gelingen sollte, den Schuldenausfall zu verhindern. Doch eben auch gerade Bitcoin ist hier im Interessensbereich viel größer geworden. Gerade der Retail, also die kleineren Investoren, scheinen hier ein besonders großes Interesse zu haben. Besonders interessant finde ich, dass der Bitcoin damit vor dem US-Dollar, dem Yen, den Schweizer Franken oder anderen Währungen liegen. Bitcoin hat sich somit gegen alle Währungen durchgesetzt. Rund 8% der professionellen und rund 11% der Privatinvestoren haben eben dazu gestimmt, dass sie den Bitcoin kaufen werden, wenn die USA-Schuldenobergrenze nicht erhöht wird und hier eben ein Zahlungsausfall droht. Genau das wird ja aktuell gerade diskutiert. Es geht um die Schuldenobergrenze der USA, die mit 31,4 bzw. 31,5 Billionen US-Dollar nun ihren Höhepunkt erreicht hat. Seit Wochen sind hier die Gespräche am Laufen. Erst Anfang Mai warnte die Finanzministerin Janet Jelen, dass den USA bereits am 1. Juni ein katastrophaler Zahlungsausfall droht, wenn die Schuldenobergrenze bis dahin nicht ausgesetzt oder erhöht wird. 1. Juni, das ist nicht mal mehr einen Monat hin. Um genau zu sein, sind es gerade mal nur noch knapp über zwei Wochen. Dementsprechend geht es auch momentan in ernsthafte Gespräche mit Joe Biden, den Republikanern, allerdings eben auch den Demokraten. Alle zusammensetzen sich jetzt an einen Tisch und versuchen hier eine Lösung zu finden. Laut der Bloomberg-Umfrage bestätigen sogar 60% der Investoren, dass sie stärker davon ausgehen bzw. dass sie die Risiken aktuell höher sehen, dass es in den USA zu Zahlungsausfällen kommt, als noch im Jahr 2011. Zudem gaben rund 41% der Befragten an, dass der US-Dollar definitiv auch stark unter Druck geraten könnte, wenn die USA eben zahlungsunfähig wird. Dem Ganzen kann man natürlich auch nur so zustimmen, denn wenn natürlich hier das Land, welches den US-Dollar druckt, selber seine Ausgaben nicht mehr decken kann, ja, dann ist das nicht unbedingt ein positives Zeichen für den US-Dollar. Dementsprechend sehen wir auch aktuell, dass die Credit-Default-Swaps in Bezug auf die Vereinigten Staaten auf einen Höhepunkt schießen und einen Höhepunkt, den wir zuvor noch nie gesehen haben. Wir sehen hier die Corona-Pandemie, wir sehen allerdings auch beispielsweise die Finanzkrise im Jahr 2008, die Krise 2011 und auch eine Krise 2013. Jedes Mal ist hier das Risiko nach oben geschossen bzw. sind die Credit-Default-Swaps, also die Versicherung gegen den Ausfall der Kredite nach oben geschossen. Zum aktuellen Zeitpunkt erreicht das Ganze neue Höchststände, was natürlich auch noch einmal bestätigt, dass die Anleger aktuell stärker als in der Historie davon ausgehen, dass die USA zu keiner Einigung kommen wird. Tatsächlich muss sich am System auch eigentlich mal etwas ändern, denn wir sahen in den vergangenen vier Jahrzehnten, dass die US-Staatsverschuldung von 1 Billion auf 31 Billion gestiegen ist. Das ist selbstverständlich offensichtlich nicht im Ansatz ein gesundes Wachstum, zumal wir hier sehen, dass das Ganze schon fast in eine parabole Entwicklung übergeht. Natürlich schwächt sich die USA auch selber. Sie können natürlich die Schuldenobergrenze einfach immer weiter erhöhen oder den Deckel komplett weglassen. Sie haben in der Vergangenheit die Schuldenobergrenze ja glaube ich schon über 80 Mal erhöht. Also theoretisch können sie den Deckel auch komplett weglassen. Das würde dem Staat allerdings natürlich die Möglichkeit geben, noch mehr unendliches Geld zu drucken. Unendlich Geld drucken können sie sowieso. Aber es würde natürlich die Türen aufmachen, das Ganze noch schneller durchzuführen, was den US-Dollar am Ende des Tages natürlich auch wieder besonders unattraktiv machen könnte. Man stelle sich vor, die USA ist hier ein Konkurrenzstaat. Dieser Konkurrenzstaat druckt sich sein eigenes Geld und wenn du handelst, musst du sein Geld nutzen, um damit eben deine Geschäfte abzuwickeln. Daher ist es auch meiner Meinung nach kein Wunder, dass sich die BRICS-Staaten zusammentun und darauf keinen Bock mehr haben, weil die USA kann ja selber Geld drucken, wenn sie es brauchen. Für ausländische Unternehmen bzw. eben auch Nationen sieht es hierbei etwas anders aus, vor allem wenn sie auf den US-Dollar setzen müssen, um damit Zahlungskorridore zu füllen. Da wir eben kurz vor einem möglichen Zahlungsausfall stehen, ist auch in der aktuellen Woche besonders interessant, welche Notenbank-Mitglieder hier sprechen bzw. allgemein, was in der aktuellen Woche in Bezug auf die Schuldenobergrenze kommuniziert wird. Nicht alle Daten stehen fest drin, vielleicht wird es auch noch zwischendurch einige Aussagen geben. Was wir allerdings festhalten können, ist, dass wir in den nächsten fünf Tagen alleine 14 verschiedene FED-Mitglieder sehen werden, also Mitglieder der US-Notenbank, die selber ihre eigenen Ansichten hier auf die aktuelle Zinspolitik vertreten werden. Die FED ist mittlerweile zur Quelle von Inflation und Volatilität geworden, eigentlich ein Punkt, den man mit der US-Notenbank als Bündnis quasi hier verhindern wollte. Momentan schaut der ganze Markt auf die US-Notenbank und reagiert hier sehr volatil auf die Aussagen und Entscheidungen und in der aktuellen Woche wird es eine Menge Aussagen geben. Ihr seht hier die verschiedensten Namen, die meisten von diesen Namen sagen uns recht wenig, allerdings fällt beispielsweise hier am Freitag Jerome Powell auf, der auch noch einige Worte zur aktuellen Thematik verlieren wird. Zuvor sehen wir allerdings beispielsweise bereits am Dienstag um 14.30 Uhr die US-Einzelhandelsumsätze für den abgelaufenen Monat April. Sie gelten als wichtiges Maß für die Einschätzung der Konsumlaune des Privatsektors und es handelt sich hierbei tatsächlich um die finalen Zahlen und nicht um die im Voraus gemeldeten Zahlen, die wir bereits gesehen haben. In den letzten beiden Berichtszeiträumen wurden tatsächlich die Analystenmeinungen trotz nachträglicher Überarbeitung stark verfehlt. Die finalen Zahlen für den Monat März lag mit minus 0,6 Prozent unter der Analystenprognose von minus 0,4 Prozent. Für den abgelaufenen Monat April gehen die Marktteilnehmer aktuell von einem Wachstum um rund 0,7 Prozent aus. Dementsprechend wird es hier auf jeden Fall spannend. Wir sehen auf jeden Fall eine erhöhte Volatilität in der Einschätzung beziehungsweise auch in den am Ende des Tages gemeldeten Daten. Sollten die Schätzungen von 0,7 Prozent erreicht werden oder wir sogar Werte darüber sehen, dann würde das natürlich bedeuten, dass wir eine mögliche Stabilisierung im US-Markt sehen, vor allem eben auch in Bezug auf die Konsumlaune. Das wäre ein positives Zeichen für die US-Wirtschaft und würde eben die Wahrscheinlichkeit senken, dass wir in eine Rezession rutschen. Am Mittwoch um 11 Uhr sehen wir dann aus Europa die Verbraucherpreisindexdaten beziehungsweise stumpf gesagt die Inflationsdaten. Bereits am 2. Mai sahen wir hier die Vorabveröffentlichung. Diese belief sich mit rund 7,0 Prozent, 0,1 Prozent über den Erwartungen von 6,9 Prozent. Die Analysten haben sich diesen Zahlen angepasst und gehen nun auch davon aus, dass die finalen Zahlen jetzt ebenfalls 7 Prozent betragen werden. Wenn wir uns beispielsweise an die zuletzt gemeldeten Daten aus den USA denken, dann sind diese niedriger ausgefallen, als der Markt zuvor gedacht hatte. Eine ähnliche Bewegung wäre hier in Europa natürlich auch vorstellbar, was selbstverständlich ein sehr positives Zeichen wäre und den Markt positiv unterstützen könnte. Es bleibt allerdings abzuwarten, denn wir in Europa hängen natürlich den USA auch viele Monate hinterher. Unsere Inflation hat sich später entwickelt und unsere Zentralbank hat leider auch viel zu spät reagiert, weshalb wir auch aktuell immer noch mit einer deutlich höheren Inflation zu kämpfen haben, als eben beispielsweise die USA. Sollte die Inflation hierzulande also ebenfalls stärker rückläufig sein, als man zum aktuellen Zeitpunkt denkt, könnte es sich selbstverständlich positiv auf die Aktien und Kryptomärkte auswirken. Wiederum steigende Inflationsdaten würden natürlich darauf hindeuten, dass die Wirtschaft innerhalb der Eurozone auch weiterhin sehr, sehr stark angeschlagen ist und es wäre eben negativ für die Finanzmärkte. Der Wirtschaftsstandort Europa würde damit in ein weiterhin schlechtes Licht rücken, vor allem weil wir auf der anderen Seite in den USA eine sogar noch stärker rückläufige Inflation sehen, als wir zuvor gedacht hatten. Ebenfalls werden übrigens um 14.30 Uhr die Baugenehmigungen aus den Vereinigten Staaten gemeldet. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine wichtige Kennziffer, denn der Immobiliensektor ist selbstverständlich einer der wichtigsten und interessantesten Wirtschaftssektoren weltweit, vor allem eben allerdings auch, wenn wir über die USA sprechen. Zuletzt lagen die Baugenehmigungen bei rund 1,43 Millionen, leicht über den Schätzungen der Experten. Genau das erwarten die Analysten auch für die aktuell gemeldeten Zahlen, also rund 1,43 Millionen Baugenehmigungen. Sollten diese Zahlen ebenfalls besser als erwartet ausfallen, könnte natürlich der Krypto- und Aktienmarkt positiv darauf reagieren. Rückläufige Daten oder geringere Daten wären eher kontraktproduktiv für die Investmentmärkte. Am letzten Handelstag der aktuellen Woche sehen wir, wie bereits vorhin angesprochen, die Aussagen von Jerome Powell. Der US-Notenbankchef wird möglicherweise einige Aussagen in Bezug auf die aktuelle Inflation und vor allem Zinsentwicklung verlieren, denn hier erwarten die Marktteilnehmer, dass diese bald wieder rückläufig sein werden. Es ist auch zu erwarten, dass er möglicherweise über die aktuelle Schuldenobergrenze der USA spricht und der Markt erhofft sich einfach herauszufinden, wie die US-Notenbank in den nächsten Monaten weiter verfahren und auch reagieren wird. Hohe Zinsen sind natürlich nicht nur für Unternehmen und Privatkonsumenten extrem von Nachteil. Auch die US-Staatsverschuldung ist natürlich hier an einen gewissen Zins geboten und es steigt natürlich stärker, je höher die Zinsen sind. Es ist also definitiv spannend, auch auf die US-Notenbank-Member zu hören, vor allem, wenn hier eben signifikante Aussagen getroffen werden. Rückläufig können wir auf jeden Fall festhalten, dass die Zinsanhebungen der letzten knapp anderthalb Jahre historisch stark ausgefallen sind. Nun erwartet man allerdings auch, dass die Zinsen dementsprechend stark wieder fallen. Der Markt preist kaum ein, dass wir einen Zinsgipfel sehen, höchstens ein bis zwei Monate. Dann erwartet man allerdings, dass die Zinsen schnell wieder gesenkt werden. An dieser Stelle vielleicht noch einmal der kurze Hinweis. Selbstverständlich senkt die US-Notenbank den Zins nicht aus Langeweile, sondern nur, wenn es eben Problematiken aus der Wirtschaft so erfordern. Ebenfalls sollte man darauf achten, dass die Inflation in den USA vielleicht rückläufig ist und stärker rückläufig ist, als man zuvor gedacht hatte, sich allerdings immer noch weit von dem Inflationsziel von 2% entfernt befindet. Dementsprechend hat die US-Notenbank zumindest nach eigenen Aussagen aktuell noch nicht den Spielraum, um die Zinsen wieder zu senken. Man könnte allerdings bald darüber nachdenken, vor allem, wenn die Inflation in den USA weiterhin so stark abkühlt, wie in den vergangenen Monaten. Das bleibt allerdings abzuwarten. Ich werde euch selbstverständlich darüber auf dem Laufenden halten. Das heutige Video möchte ich allerdings erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch weitergeholfen, euch so einen kleinen Überblick gegeben, worauf es in der aktuellen Woche ankommt. Ich beende das heutige Video, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin. Ciao, Freunde. Ciao, Freunde. Ciao, Freunde.